Hallo, hier ist Juli von Julis Dresscode. Ich bin jetzt im Zelt der Fashion Week Berlin, kurz vor der Show von Guido Maria Kretschmer. Und bei mir habe ich zwei glückliche Gewinnerinnen, die Melanie und die Zoe. Die haben bei einem Gewinnspiel von O2 mitgemacht und zwei Karten für die Show gewonnen. Ich stelle euch die beiden jetzt einfach mal kurz vor. Hallo Melanie. Hallo. Und dann ist die Zoe. Ich werde dich schon aufgeregt, ihr beiden. Total aufgeregt. Es ist ja das erste Mal, dass man zu so einem Event geht und das ist schon ein Highlight. Wie fanden Sie denn die Kollektion von Guido? Ja, wie fanden wir die denn? Wie fanden wir die? So vielfältig. Vielfältig. Ja, von allem, was dabei. Er hat alle Materialien, er hat Samt, er hat Seiten, Pailletten, Pailletten, alles, was die schicke Frau braucht. Jetzt ist nach der Show und die Melanie und die Zoe sind noch bei mir und die geben uns jetzt mal ein kurzes Feedback, wie sie die Show denn fanden. Wie hat es euch gefallen, ihr beiden? Super gut. Einfach super, perfekt. correlate gut. Ja, das trifft. Gut. Gut. Vielen Dank.